Wenn du Gips machen möchtest, decke die Arbeitsfläche zuerst mit Zeitungspapier ab. Erhitze dann eine Tasse 250 ml Wasser in der Mikrowelle auf 38 Grad Celsius. Mische zwei Tassen 255 g Mehl mit einem Spadel hinzu, bis alle Klumpen entfernt sind. Wenn die Paste zu dick ist, füge mehr Wasser hinzu. Ist sie zu wässrig, füge mehr Mehl hinzu. Die Mischung ist fertig, wenn sie dickflüssig, aber noch leicht umzurühren ist. Sorge dafür, dass du den Gips innerhalb von 10 Minuten verwendest, bevor er vollständig aushärtet. Lasse den Gips dann mindestens 48 Stunden lang bei Raumtemperatur ganz trocknen. Wenn du Gips mit Kleber statt mit Mehl machen möchtest, erhitze eine Tasse 240 ml Wasser auf 38 Grad Celsius. Vermische das Wasser in einer Rührschüssel mit zwei Tassen 470 ml weißem Schuhkleber. Der daraus entstehende Gips hat eine eher flüssige Konsistenz. Verwende diesen Gips innerhalb von 15 Minuten und lasse ihn drei Tage lang vollkommen aushärten. Überraschung Verwende